Kabul, Bison, hier Falkenauge. Melde feindliche Truppenbewegung auf Höhe 238 in Richtung Dornwald. Feuererlaubnis. Ich wiederhole. Melde feindliche Truppenbewegung auf Höhe 238 in Richtung Dornwald. Feuererlaubnis. Kommen. Kabul, hier Bison. Forens Einstellung. Feuer frei. Ende. Elefant und Plato, hier Camillo. Feuerschutz für Bison. Am Hinterhau erhalten. Kommen. Ihr Elefant. Verstanden. Ende. Hier Plato. Verstanden. Ende. Meldung an Bison und Camillo. Feuer bereit. Camillo. Hier Titania. Feuer bereit auf 401, 402 und 403. Bison an alle. Weiter vorgehen. Stellung gegen Feind auf Höhe hinter der Mulde. Marsch. Ende. Hier Edelweiß. Feindlicher Sperrtrupp. Geht bei Dachsbaul in Richtung Dornwald. Kommen. Camillo. Ihr Bison. Start der Feind auf Höhe 1803. Donau-Harem. 1542. Durch Park. Halb links von hier. Greifen Sie links ausholend durch welchen Hand. Vorsicht zum... Hier Camillo. Auf der anderen. Ende. Hier Camillo. Ihr Camillo. Interwalt fährt. Wattstückpunkt. Greifen Sie links ausholend durch welchen Hand. Vorsicht zum... Hier Camillo. Verstanden. Ende. Camillo. Hier Plato. Bin abgesessen. Greife an. Erbitte Feuerunterstützung. Ende. Titania. Ihr Camillo. Wir greifen an. Erbitte Feuerschrag auf 402. Titania. Verstanden. Ende. Biste. Ihr Titania. Feuerkommando. Kommen. 4.402. Ein Kampfplatz. Feuerbereitschaft melden. 4.402. Ein Kampfplatz. Feuerbereitschaft melden. Warten. Batterie. Feuerbereitschaft. Feuerbereitschaft. Feuerbereits. Feuerbereits. Kommen. Feuer. Kommen. Einschatt. Kommen. Ihr Plato. Einstellung in der Sumpfmulde in der Waldspitze. Ich spreche ein. Ende. Falken Auge an alle. Der Feind zieht sich zurück. Feuer einstellen. Ich wiederhole. Feuer einstellen. Ende.